hallo mal die mumis willkommen zu einer neuen tagesquests von access creed origin solch hat mit räder gesprochen und wir sollen den dieb identifizieren und töten er hat räder bestohlen also werden wir natürlich auch kalt machen wenn keiner vergreift sich an räder so nicht kollege den packen uns let's go bo liegt los lass mal sehen oder den penner mal suchen da unten ist er meine liebe um ich den packen und dann fällt den einräder zu bestehlen naja ihr wisst ja immer kreise drehen immer kreise drehen feiglinger ist auf dem pferdkollegen bringt eh nichts was für ein lappen so tot bestätigen haben wir ach das war schon ja toll was bekommen ein schönes ein rituelles zepter seltener zepter alles klar dann auf jeden fall danke an räder mein lieben homies ich bedanke mich fürs zuschauen und sage auf jeden fall bis zur nächsten tagesquests und heute kommt ein neues let's play gönnt euch auf wiedersehen